So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau eine Sekunde. Und was Neues. Oh, das ist der Turnier-Skin, der für einige von euch kostenlos war. Der jetzt im Shop zu kaufen ist. Also ein kostenloses Item, was jetzt für V-Bucks zu kaufen ist. Okay, ich habe auf diesen Skin lange gewartet, muss ich sagen. Der ist schon ziemlich nice, den sieht man auch kaum in-game. Natürlich jetzt wird man den so oder so sehen. Aber ich feiere den Skin mega. Der hat auf jeden Fall was. Hier natürlich mit dem Katana von Deadpool. Das hier ist das Backpack dazu. Okay, so eine Musikbox mit so Sprays, mit so Dosen. Ja, feiere ich mega. Also ich finde, der Skin ist mal ausgefallen. Finde ich cool. Gefällt mir. Für 1, 2 macht ihr nichts falsch. Relativ nice. Dann haben wir hier die passende coole Hacke dazu. Gefällt mir auch mega. Ja, aber für 1, 2, ganz ehrlich. Ne, lasst es lieber und spart euch die V-Bucks. Exil, okay, das ist der Gleiter dazu. Finde ich langweilig. Für 500 würde ich das Ganze euch nicht empfehlen. Dann haben wir hier, was ist das hier? Okay, ich schaue mal kurz nebenbei nach, ob wir irgendwas seltenes am Start haben. Denn das interessiert euch bestimmt. Habt ihr eigentlich schulfrei wegen dem Ehren-Coronavirus oder habt ihr das nicht? Oh, wir haben heute was seltenes am Start. Was gut seltenes. Okay, okay. Gut, 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 gut. Einmal dann hier Steinherz für 1, 5. Relativ cooler Skin. Passendes Backpack dazu. Passendes Hacken dazu. Herzschmerz finde ich nicht so cool. Kein Gleiter. Dann haben wir hier Panda-Beauftragte. Ja, der Skin ist nichts mehr Besonderes. Spart euch lieber hier auch die V-Bucks. Wukong, genau das gleiche Spiel. Spart euch auch hier die V-Bucks. Passt eine Hacke dazu. Finde ich cool. Aber auch hier der Preis. Da gibt es bessere Hacken für den Preis. Castor hat hier drei Stile. Einmal Standard, einmal Feuer und einmal Eiswasser. Alle drei Stile mega heftig. Und hier auch beim Backpack genau das gleiche Spiel. Das Backpack ist schon heftig, muss ich sagen. Also das lohnt sich. Was haben wir hier noch am Start? Ich glaube die Weibchen-Variante kommt dann die Tage in den Shop. Ein Biest, auch cooler, schöner Skin. Für 800 macht man hier definitiv nichts falsch. Ein Glitzer. Chilliges Emote. Okay, dann haben wir hier Luftschiff. Das Ganze war zuletzt vor 369 Tagen. Zuletzt im Shop da gewesen und war insgesamt nur fünfmal da gewesen. Also relativ seltenes Teil. Und das sehe ich auch nie in-game. Sieht sogar mega fresh aus, muss ich ehrlich sagen. Könnte cool sein damit, ja, rumzufliegen. Für 1,2 geht es klar. Geht klar. Das ist heute das seltenste Item. Sonst der Rest ist so 30, 40, 50 Tage nicht mehr da gewesen. Relativ unspektakulär. Außer natürlich der neue Skin, der heftig ist. Billy Bones, heftiges Emote. Gönnt euch das Ganze, wenn euch das natürlich gefällt. Nice Musik. Und zu guter Letzt Pizza Party für 200 V-Bucks. Einer der heftigsten 200 V-Bucks Emotes. Natürlich, sie gönnt sich hier die Pizza auf Ehre. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video.